Wir haben ein Bestand in mir! Neu Start bitte! Oh Mongols! Team Ferrari! Powered by Formula 1 World Championship Limited 2018! 2018! Und damit ein herzliches Willkommen! Ich begrüße die Mitstreiter! Den guten Hakoda! Den Pate! Den Silberfisch Glubsho! Den Tarsil! Ich lese gerade TS vor! Deshalb seid ihr alle verwirrt! Hä? Ich hab von Anfang an durchgeblickt! Keine Ahnung will ich jetzt mal! Wer war ich jetzt? Wer war ich jetzt? Ich bin Little Juice! Ja ok Freunde! Aber trotzdem guten Tag! Auch von meiner Seite aus! Ich hoffe euch gehts gut! So heute Frankreich! Jungens! Oh le Francais! Baguette Eifeltomel! Oh! Machen wir schon ein bisschen kratzig! Motorhache an! Schluckrachen! Ja! Das Schluckrachen sich wie ein Kaktus eingeführt! Kann losgehen sobald du bereit bist! Butterluke! Oh ja! Nimm Benzin mit! Nimm das Benzin mit! Ja nimm mal ein bisschen 50! Weil da kannst du auch fett durchfahren! Was macht der Ferrari hier? Äh was? Ich war auf dem Desktop gerade! Ja du bugst dich gerade komplett raus bei mir! Über die Reläge! Musst du echt mal unterbinden! So was mit diesem immer... Desktop und so! Ist halt echt kacke! Ja ich probiere... Ich probiere einfach ein Hack zu finden! Sowas ist dumm! Oh diese Cheaterei! Ja! Sagt Sorgi nach dem Monaco-Rennen doch! Ja wollte ich gerade sagen! Hätte alles für ihr buggt! Ich hab die MP4 runtergeladen! Ja halt dich nächstes Mal auch aus dem Fenster wenn du neben mir bist! Schön in die Reifen schießen! Oh so komisch dieses Rennen gerade nüchtern zu fahren! Hast du nicht gesagt du wolltest was trinken? Ah ich hab gesagt wurde er eigentlich nicht! Der trinkt gerade die Regner nach! So übel wenn dir auf der geraden gerade was juckt! Da gehts doch! In den Kurven wirds viel schlimmer! Was ist die Idee? Also ooooh! Machen wir jetzt mal nicht... Mann Sorge! Wo ist das ein Haas der da außen gerade kaputt war? Kaputt? Da hast du auch... gelbe Flagge? Ja ich hab kurz ein bisschen Abwehrbremsen! Achso! Pass auf ne! Wir haben ja letztes Mal auch mit dem Abbremsen gehabt! Dann kriegst du dieses... Dass du diese 5 Sekunden Zeitstrafe da eigentlich kriegst ne? Ach! Ne! Das wäre ja noch gegangen! Das war eine 5-Grid-Strafe! 5 Plätze nach hinten! Ach stimmt! Eine Grid-Strafe war das! Stimmt! Stimmt! Sorry! Mit Crit! Crit! Das war aber auch echt übel! Mit Doppel Kalt! Der Crit! Das passiert mir jetzt im Dattelfall! Ich züge ich die Aufwärmrunde und züge ich die... Äh... Gerade jemand auf ner Speedy Gonzales? Ja! Wie? Ja! Ich glaub alle ne? Ja! Vielleicht der Herr der grad gefragt hat? Aber du müsstest ihn jetzt auch, du bist ja hinter mir raus gegangen! Ja! Jemand grad auf ner Speedy Gonzales, ne? Okay! Die Runde ist schon mal schlecht! Mach mal jetzt nicht den Ron! Ich mach nie den Ron! Außer den Husky und den dann! Ach schön! Abo macht wieder in letzter Sekunde die beste Runde! Naja, die letzten Male war's immer der Ron! Meine Zeit ist langsam vorbei! Naja, sagt der mit... 50 Punkten Vorsprung im Leaderboard! War of Fame Husky! Warum nennen wir sie nicht einfach War of Husky? Ist auch gut! Er ist ein bisschen eingebildet wie er! Ey die war ja gar nicht so schlecht die Runde! Ist ein typischer Husky! Eigentlich bräuch ich nicht nochmal rausfahren, die war perfekt! Aber gar nicht so schlecht! Ich glaub das wird meine einzige Runde bleiben diesmal! Boah! So wie erwartet! Die Runde war nicht so geil! Wie ist der Platz? Sieben! Ah da geht doch noch was! Jaja! Sind ja noch zwei Versuche! Du bist zurückgefallen! Du bist momentan auf P7! Ja! Erstmal Reifen wechseln! Das mal rechnen! Ja! Doch Linken! Nein 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 nein! Ja! Wo ist der NFL-Code? Ja klar läuft schon! Ja klar läuft schon! Die Hawks! Ja man die Rams! Ja man die Rams! Was für Rams? Jungs! Könnt ihr mich auch mal reinschieben in die Garage oder was macht ihr da? Du hast nicht bezahlt! Hack-Ticket? Ich geh hier draus nach! Und lass mich jetzt gehen! Hallo! Wir ziehen jetzt erstmal ein Ticket! In der USA wieder 20 Tote Alter! Warum das? Ja bei Unfall mit Limousine! Ach du Scheiße! Unfall mit Limousine? Ja ich mach... Warte ich! Nächste Frage! Also ich mach kurz auf! Ja Verkehrsunfall! Das wird schlimmer! Aus der Menschenmenge wurde der Geschleuder! So krass! Alles fertig! Bisschen heftig! Bitte irgendjemand kürzt hier ab! Jerry! Ja der ist doch nicht da! Sch... Dann Abo! Red Riesel! Ecke! Nach Jerry kommt immer Abo! Die Bremse davor! Viel zu viel! Wir müssen noch dritter ja? Ecke ja! Ja! Ecke mache alles! Ecke mache lecker! Der fährt von den beiden ersten raus! Ecke! Ja geil! Lass ein bisschen Platz! Warte dich! Hey! Ich hab bis jetzt noch keine Verwarnung! Du kriegst also alles gut! Ja hier kriegst du aber... Du kannst hier komplett überall rüber fahren und kriegst ja auch nix! Frage reiche! Was? Echt? Ja du kannst hier... Keine Ahnung! Wie sagt der Puls der da unten? Ich bin immer so schnell! Ich brauche nicht abkürzen! Ich lege das dann aus! Ja ich weiß! Ja ich weiß! Ja auch mit ein bisschen Kotz so für mich vielleicht! Ich kann ja vielleicht mit meiner Webcam läuft dann nebenbei! Vielleicht können wir das irgendwie mit einbauen ins Video! Als Intro nutzen und zukommen! So ein Herr und der läuft! Einfach wie er kotzt als Intro! Ja wir müssen mal wieder diese geilen Würste holen! Oh ne alter! Und das mal aufregen! Die man eigentlich kochen müsste! Einfach prunkeres, salziges Wurstfleisch von Billo Billo! Geil Wurstwasser! Aber so richtig! Richtiges! 0815! Preiswertes Fleisch! Wo du eigentlich daran zweifelst, dass es wirklich Fleisch ist! So einmal von was hat man sich noch? Das ist so ranzig man! Überschlimm gewesen! Wir haben aber keins aufgegossen ne? Natürlich nicht! Na doch! Eine ganze Packung gefahrt! Eine ganze Packung, du hast recht! Okay! Die Runde ist schon versaut! Und wir haben fast gekotzt! Ja! Ich hab's nur auf Video irgendwie! Bei das andere in der Küche, was haben wir da gegessen wo ich was gekotzt habe? Äh... 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 Keine Ahnung! Wir haben so viele Scheiße gegessen! 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 Ja Mann! Ja Moin! Ja Moin! Ja Moin! Direkt wieder rein! Also hab ich noch einen Versuch! Was hab ich da abgekürzt? I don't know! What happened here? Ich fahr dabei! Jawoll! So zweiter Versuch! Ja mein zweiter Sinn Bro! Fahr direkt in die Box! Mach dann doch direkt meinen dritten! Auf Rot! Kappa! Dann war die Runde schlecht! Direkt abbrechen! Ja mach doch! Feiko! Mach doch! Feiko! Mach das doch! Mann! Alter! Wirklich! Immer nur am diskutieren und lamentieren ey! Richtiger Laminat! Laminier mal deine Küche! Alter! Die ist komplett durchlabelig! Ja! Dann glaube ich die ist ja neu! Mit Reißverschluss? Hm! Ja komplett! Mein Kühlschrank ist auch in dem SIP Behälter! Ist geil Alter! Wie bleibt der Kühlschrank frisch weißt du? Alle denken immer nur an das was drin ist im Kühlschrank! Ich denke auch an das was draußen ist! Sorgenbeine ey! Doktor Professor Storsch! Doktor Professor Storsch! So! Boah ey! Harte 2? Harte auf der 2? Ja was? Jawoll! Haskier 1! Oh! Harte 1! Harte 1! Einfach mal eine halbe Sekunde schneller als die Erde! Ja für die 4 hat es gereicht! Echt? Für die 4 hat es gereicht! Echt? Für die 4 hat es gereicht? Du hast mich überholt! Ja echt! Da muss ich doch jetzt mal nochmal nachlegen! Echt? Na leg mal nach! Ich glaube das Fleisch anbrennt! Der Grill ist aus! Freunde! Okay wir können dich diese Runde reinholen! Ja! 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 Ich denke mal da kommt nichts mehr! Die erste war schon perfekt! Ja! Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen hier! Wende du fährst jetzt erstmal rein! Jo! Warte kurz bis ich bitte vorbeigezogen bin! Ja! 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 Und du fährst sehr langsam! Ich weiß! Ich kann nicht dass du wieder Dings bekommst! Ja! Du musst aufpassen! Wie da? Habe ich sowas schon mal gehabt? Nein! Ehm! Aber Sorge! Und der hat das gleiche Runde gemacht! Der Tank ist leer! Mein Tank ist jetzt leer? Düssel! So der Tank! Achste! Ja! Ich war jetzt mal der letzte! Ja! Einfach aufpassen! Ja! Ich war jetzt mal der letzte! Aber! Aber ja! Aber jetzt wird dann nochmal aufpassen! Na klar! Ja! So! Auf time Freunde! Let's go! Okay Glück! Danke! Und dir gleich zuhören! Wenn die Ferrari Jungs immer ein bisschen schneller arbeiten würden! dann aus, ob es Fay wird auf pul converting! War einfach 0,002 langsamer als mein erster. Bin auf jeden Fall schneller als mein erster. Jawoll. Dritter. Nice one. Da sind wir doch alle gut dabei. Da sind wir dabei. Abo macht noch eine krassere 100 Pro. Hast du eine Session gemacht? Wiss nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich schnack hier meine ich. Ich hab alle meine drei Sätze durch. Vielleicht geht noch mal eine rauf den Boys. Was? Viel drin ist aber nicht mehr. Bin ja. Alter hat Roden gerade noch eine bessere gefahren? Ne. Ne? Okay wir waren immer wieder lila angezeigt. Halt einfach mal eine halbe Sekunde schneller als alle anderen. Eine Sekunde schneller als alle anderen. Aber ich bin der Schlechteste von uns. Ich bin auch über eine Sekunde schneller als der beste NPC. Ne? Also auf der Strecke spielen die wieder keine Rolle. Ja aber ist okay. Ja ist aber interessant dass wir alle diesmal richtig von 1 bis 6 durchstarten. Ja. Ist schon ein bisschen länger her. Ob er dann den Start mal wieder versaut? Ja erste Kurve ist halt super tricky Alter. Macht er ja gerne. Kann ich auch nicht verbessern. Aber ich nehm auf jeden Fall ein bisschen mehr Sprit mit auf der Strecke. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Kannst du dich verabschieden oder? Ja Freunde hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Bis dann. Bis dann. Bis nächste Mal. Schalt wieder ein. Seid froh. Seid Pfannen und so. Nicht mehr Drohungen. Gut für die Umwelt. Ciao. 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 Blau. Join. zza. Pogelgo nur noch 30 Sekunden in dieser Session. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020